Das ist der Bill Weiman, Volker Hopfner! Ich bin heute ein bisschen Charlie verschreit, weil, äh, meine Damen, falls sie gekommen sind, um diesen netten Herrn dahinten kennenzulernen. Hätte er knicken will. Charlie ist verliebt, Charlie wurde zauke am Schlagzeug. Aber er wär noch zu haben, er muss ja immer hinhalten. Meine Damen und Herren, das jüngste Mitglied der Band, es entlastet mich auf viele Art und Weise. Meine Damen und Herren, das ist der Rollywood-Hollywood-Keefe, Charlie, Preston, Steyer! Das ist der Rollywood-Hollywood-Keefe. Das ist der Rollywood-Keefe. Ich habe meinen Augen auf 계 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020